In Ankara begrüße ich unseren Korrespondenten Oliver Mayer-Rüth. Herr Mayer-Rüth, in welcher Rolle sehen Sie den Bundeswirtschaftsminister in der Türkei als Türöffner für die deutsche Industrie? Oder wie groß schätzen Sie sein Engagement ein, dafür zu sorgen, dass deutsche Unternehmer wieder mit gutem Gewissen Geschäfte in der Türkei machen können? Er versucht schon ein Türöffner hier zu sein. Er setzt sich ein für deutsche Unternehmen. Es sind ja auch einige hochrangige Vertreter der deutschen Industrie mit in der Delegation. Und natürlich geht es da unter Umständen auch um das Gewissen, denn man weiß ja, dass hier das Thema Menschenrechte wirklich ein schwieriges Thema war in den letzten Jahren, insbesondere nach dem Putschversuch im Juli 2016. Es gab viele Verhaftungen und es gab eben auch Verhaftungen von deutschen Staatsbürgern. Und das ist natürlich ein Thema, das die Unternehmer belastet, weil da gibt es schon den einen oder anderen, mit dem ich sprechen konnte in den letzten Monaten, der gesagt hat, naja, wenn ich jetzt hier einen Arbeitnehmer in die Türkei schicke, wenn ich dort investiere und der wird dann unter Umständen verhaftet, da sagen natürlich viele Ehefrauen oder Ehemänner, wenn man eben eine Frau, einen weiblichen Arbeitnehmer in die Türkei schickt, ja, da gehen wir auf keinen Fall hin, weil da ist eben dieses Risiko einer Verhaftung da. Und das ist ein Thema für die deutschen Unternehmer und das muss der Bundeswirtschaftsminister auch ansprechen hier. Welche Forderungen hat denn, oder welche Forderungen der deutschen Wirtschaft hat die deutsche Delegation im Gepäck ganz konkret heute? Ja, es geht darum, Handelshemmnisse abzubauen und es geht auch, wie gerade eben schon angedeutet, um den Rechtsstaat. Und da geht es natürlich nicht nur um Verhaftungen, da geht es auch in ganz anderen Fragen um Rechtssicherheit. Man weiß ja, dass hier zum Beispiel vom türkischen Staat auch das eine oder andere Unternehmen nach dem Putschversuch im Juli 2016 beschlagnahmt wurde. Es gab dann auch Listen, Terrorlisten, auf denen auch deutsche Unternehmen standen. Die haben große Irritationen mit sich gebracht in der deutschen Wirtschaft. Und da fordern die deutschen Unternehmer, da fordert die deutsche Industrie, dass Ankara da in diesen Punkten auf Deutschland entgegen, zu Deutschland entgegenkommen muss. Und dafür wird sich auch der Bundeswirtschaftsminister einsetzen. Die Lira, die türkische Währung, die befindet sich im Tiefflug, im Sinkflug seit einigen Monaten schon. Das verbilligt ja Exporte und macht Einfuhren aus Deutschland für deutsche Unternehmen aber teurer. Wie lautet Ihre Prognose? Wird das Türkei-Geschäft zur Einbahnstraße in der Zukunft? Dieser Verlust bei der türkischen Lira, bei der Währung, das ist schon ein Problem für die Türkei auch. Auf der einen Seite kann man natürlich jetzt hier günstiger produzieren unter Umständen, kann günstiger exportieren. Das ist ein Vorteil für die Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite gibt es ja viele, viele große Unternehmen in der Türkei, die ihre Schulden in Fremdwährungen betrieben haben. Und deren Schulden steigen jetzt dadurch, dass die Lira fällt. Und das ist ein großes Problem. Gleichzeitig steigt hier die Inflation. Das merkt der kleine Mann, das merken die Bürger, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie Lebensmittel kaufen, wenn sie tanken gehen. Es gibt einige Analysten und Experten, die der Türkei für die nächsten Monate, im Jahr 2019, einen Rückgang des Wirtschaftswachstums voraussagen. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen der Wirtschaftskrise in der Türkei? Also was ist hausgemacht, vielleicht auch durch einen politischen Kurs des Präsidenten? Und wo gibt es strukturelle Schwächen in der Türkei? Ja, auf der einen Seite ist die Außenpolitik natürlich ein Problem. Die türkische Regierung, der türkische Präsident sagt immer wieder, ja, wir haben halt hier die Terrorbedrohung durch die auch in Deutschland als Terrororganisation eingestufte PKK und durch diese Gülen-Bewegung. Die türkische Regierung macht diese Bewegung ja verantwortlich für den Putschversuch im Juli 2016. Und aufgrund dieser Terrorbedrohung hat die Türkei harte Maßnahmen durchgeführt, auch gegen die Opposition-Maßnahmen. Da gab es dann immer wieder von anderen Ländern sozusagen den Hinweis, dass man da Schwierigkeiten hat, dann auch auf wirtschaftlicher Ebene zusammenzuarbeiten, wenn die türkische Regierung so gegen die Opposition vorgeht. Das ist ein Problem, das ist ein außenpolitisches Problem. Auf der anderen Seite gibt es natürlich strukturelle Probleme. Zum Beispiel wurde sehr, sehr viel investiert in den Bau von der Bauindustrie. Das ist richtig heiß gelaufen inzwischen. Und dort, so hört man, es gibt es auch inzwischen die ersten Insolvenzen und Schwierigkeiten. Offenbar können einige Bauunternehmen und Investoren diese ganzen Wohnungen, die man zum Beispiel in Istanbul gebaut hat, nicht mehr loswerden, nicht mehr verkaufen. Ich sage danke, Oliver Mayer-Rüth, für diese Einschätzung nach Ankara.